Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Wer mich schon etwas länger verfolgt, der weiß, dass ich ein ziemlich großer Fan von Philips Hue bin. Ich habe bei mir hier zu Hause wirklich einige dieser smarten Glühlämpchen, die Light Strips und so weiter in Benutzung. Und ich bin damit eigentlich jetzt seit einigen Jahren ziemlich zufrieden. Eine Sache gibt es allerdings, die mich schon von Anfang an an Philips Hue gestört hat. Und das ist die Tatsache, dass man immer auch eine Bridge benötigt. Das ist quasi die Schaltzentrale. Das ist ein zusätzliches kleines Kästchen, das immer mit dem Strom und mit dem WLAN verbunden werden muss. Aber es gab dafür eben kaum Alternativen. Es gab eigentlich überhaupt keine Alternativen, die das irgendwie besser machen. Bis vor kurzem, bis zur letztjährigen IFA, da konnte ich mir nämlich schon den Eve Light Strip anschauen. Eve sagt vielleicht einigen von euch noch nichts. Elgato dürfen aber die meisten kennen, denn von Elgato habe ich ja in der Vergangenheit schon einige Smart Home Produkte getestet. Elgato hat vor einigen Monaten seine Gaming-Sparte verkauft und fokussiert sich jetzt ganz auf das Thema Smart Home und hat sich jetzt eben deshalb auch in Eve Systems umbenannt. Wie auch immer, dieser Light Strip ist nun seit wenigen Wochen endlich verfügbar. Ich konnte ihn testen und ich möchte ihn euch heute zusammen mit Eve Flair, einer portablen LED-Leuchte, in diesem Video vorstellen. Und am Ende möchte ich natürlich auch die Frage klären, ob das Ganze überzeugen konnte, ob es für mich sogar vielleicht eine Alternative zu den Philips Hue Produkten ist oder ob es vielleicht nicht sogar in einigen Punkten deutlich besser ist. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und würde sagen, los geht's! Der Eve Light Strip kostet momentan bei Amazon knapp 80 Euro. Das ist eine Menge Geld. Das Pondor von Philips Hue kostet aber ähnlich viel und da braucht man dann eben auch noch die bereits erwähnte Bridge. Der Eve Light Strip kommt in einer ziemlich schicken Verpackung und im Lieferumfang finden wir neben dem Strip an sich nur noch das dazugehörige Netzteil und einen Stromstecker. Der Eve Light Strip ist zwei Meter lang, kann aber auf insgesamt zehn Meter verlängert werden. Ein zwei Meter Erweiterungsset kostet momentan um die 40 Euro. Der Eve Light Strip ist ausschließlich mit Apples HomeKit kompatibel, also nicht mit Alexa oder dem Google Assistant. Wer also kein iPhone, iPad, Apple TV etc. hat, der kann diesen Light Strip leider nicht nutzen. Die Einrichtung ist wie bei allen Eve Produkten, die ich bisher so benutzt habe, kinderleicht. Ihr verbindet den Light Strip mit dem Strom, ladet euch dann am besten im App Store die Eve App, der Strip wird erkannt. Ihr scannt den QR-Code, den ihr entweder in der Verpackung oder auf dem Netzteil findet und schon könnt ihr den Light Strip verwenden. Das Ganze funktioniert natürlich auch super über HomeKit, ich bevorzuge aber die Eve App, weil man da deutlich mehr einstellen kann. Jetzt könnt ihr den Light Strip umbenennen, einem Raum oder einer Gruppe zuordnen und natürlich die Farbe bzw. die Helligkeit einstellen. Wenn ihr das Ganze in HomeKit richtig konfiguriert habt, könnt ihr den Light Strip auch über Siri, beispielsweise mit einem HomePod perfekt steuern. So mache ich es auch. Auf der Rückseite des Light Strips befindet sich ein Klebestreifen. Dadurch kann er perfekt an einem Schreibtisch, ein Regal, euer Bett, eure Couch usw. geklebt werden. Falls euch die 2 Meter zu lang sind, dann könnt ihr den Strip einfach zuschneiden. Das ist alles wirklich super einfach. Neben der Tatsache, dass der Eve Light Strip keine Bridge braucht, hat er in meinen Augen gegenüber Philips Hue aber noch zwei weitere Vorteile. Er wird über WLAN oder Bluetooth betrieben. Dadurch ist die Verbindung meiner Erfahrung nach deutlich stabiler und vor allem auch weitflächiger möglich als mit Philips Hue. Das erstellt ja sein eigenes Netzwerk. Und der Hue Light Strip ist mit bis zu 1800 Lumen nochmal 200 Lumen heller als der Philips Hue Light Strip. Das gilt übrigens auch für die Erweiterungen. Hier habt ihr durchgängig 1800 Lumen. Bei der Konkurrenz sinkt mit den Erweiterungen meist auch die Lichtstärke. Der Light Strip macht ein super schönes und helles Licht und reicht in meinen Augen abends, wenn es dunkel ist, locker aus, um einen 20 bis 30 Quadratmeter großen Raum stilvoll zu beleuchten. Wer noch mehr Licht möchte oder braucht, der kann sich zusätzlich auch noch Eve Flair holen, eine portable LED-Leuchte, die momentan etwa 100 Euro kostet. Die habe ich jetzt schon seit September im Einsatz und möchte sie nicht mehr missen. Die Einrichtung funktioniert hier exakt genauso wie beim Light Strip und auch Eve Flair kann super in HomeKit integriert und über Siri gesteuert werden. Eve Flair unterstützt allerdings nur Bluetooth und kein WLAN, das schränkt die Reichweite natürlich etwas ein. Im Prinzip besteht das Ganze aus zwei Teilen. Einmal der LED-Leuchte an sich, dabei handelt es sich um eine tragbare Kugel aus Markenkunststoff mit integriertem Akku und etwa 25 cm Durchmesser. Das Ding braucht kein Stromkabel. Geladen wird es über das mitgelieferte Dock, das dann mit dem Strom verbunden wird. Da stellt man die LED-Leuchte einfach drauf und schon wird sie geladen. Eve gibt eine Laufzeit von bis zu 6 Stunden an. Ich habe je nach Farbe und meist mit voller Helligkeit immer um die 5 Stunden geschafft. Ihr könnt Eve Flair aber natürlich auch dauerhaft auf dem Lade-Dock stehen lassen. Das wäre aber viel zu schade, denn Eve Flair ist IP65 zertifiziert, sprich staubdicht und gegen Strahlwasser aus beliebigen Winkeln geschützt. Ich hätte es im September noch im Garten stehen, das ist vor allem abends super cool und durch den Schutz muss man eben auch keine Angst haben, wenn mal Wasser durch Regen oder beim Gießen drankommt. Auch Eve Flair macht in meinen Augen ein super schönes Licht mit einer maximalen Helligkeit von 90 Lumen, ist es aber natürlich bei weitem nicht so hell wie der Lightstrip. Eve Flair ist definitiv eher ein Stimmungslicht und als Ergänzung zu anderen Lichtern zu sehen. Alles in allem hat es mir aber sehr gut gefallen. Einzig die tagsüber doch gut sichtbare Naht schmälert den sonst so hochwertigen Eindruck etwas. Das sieht man abends natürlich nicht, aber da hätte ich für 100 Euro doch etwas mehr erwartet. Und das bringt mich jetzt auch schon zu meinem Fazit. Wie ihr glaube ich im Laufe dieses Videos eh schon rausgehört habt, bin ich von den beiden Produkten ziemlich begeistert und ich bin durchaus der Meinung, dass die Eve Produkte für mich als jemanden, der eh schon viele iOS Geräte hat, der eh schon HomeKit benutzt, der Serie benutzt, die beste Wahl sind im Vergleich zu Philips Hue. Einfach weil ich keine zusätzliche Bridge brauche und weil ich einfach auch bei der Reichweite Vorteile habe. Nichtsdestotrotz gibt es hier natürlich auch Nachteile. Ich habe ja schon diese deutlich sichtbare Naht bei Eve Flair erwähnt und man muss natürlich auch über die hohen Preise sprechen. Also egal ob jetzt für Eve Flair, für den Lightstrip oder für dessen Erweiterungen, das Ganze ist einfach extrem teuer. Ich bin zwar durchaus der Meinung, dass die Preise angemessen sind im Vergleich zu günstigeren Alternativen, die einfach deutlich schlechter sind. Und wie gesagt, man muss immer bedenken, die Philips Hue Produkte, die sind eben ähnlich teuer und das ist der Konkurrent Nummer 1. Aber ja, das Ganze ist und bleibt eben extrem teuer, wie dieses gesamte Thema smarte Glühbirnen und so weiter. Also da muss man sich schon echt die Frage stellen, ob man das alles unbedingt jetzt schon haben möchte. Ich bin der Meinung, ja, aber das muss wie gesagt jeder für sich selbst entscheiden. Und dann kommt hier eben noch der Punkt dazu, dass man auf iOS bzw. HomeKit angewiesen ist. Wer das nicht möchte, der fällt eh schon raus. Das schränkt den Käuferkreis natürlich etwas ein. Da hat Philips Hue deutliche Vorteile im Vergleich. Aber ich glaube, das ist es genau, was Yves eh möchte. Also man konzentriert sich da natürlich, hat man schon immer gemacht, man konzentriert sich ganz klar auf die iOS Nutzer, auf die iPhone Nutzer und so weiter. Und wie gesagt, ich bin durchaus der Meinung, wer eh im Apple Ökosystem drin ist, für den ist das Ganze eine sehr, sehr gute Alternative zu Philips Hue. Meiner Meinung nach sogar einen Tick besser, aber für alle anderen eben nicht. Das muss man so auch ganz klar sagen. Das soll es jetzt von diesem Video hier gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War mal wieder ein etwas anderes Thema. Aber ich glaube, doch ganz interessant. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.